Ja, meine Damen und Herren, viel Zeit verbleibt nicht, gerade eben zu Ende gegangen, das Finale der Diamond Tour, der große Preis von Magna Rasino in der zweiten Woche. Es steht nämlich noch eine Entscheidung an, nämlich die Goldtour und der Sieger, der muss in eben dieser Goldtour wieder an den Start gehen. Er hat gesagt, er hat ein paar Minuten Zeit für Sie und deswegen ein schnelles Interview mit Manfred Ege, der gerade im Moment mit Utopia sich hier den großen Preis geschnappt hat. Manfred, herzlichen Glückwunsch. Hättest du von Anfang daran geglaubt, dass es klappt? Nein, ganz ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir eine gute Platzierung ausgerechnet, aber dass ich gewinnen könnte, hätte ich nicht geglaubt. Jetzt hast du ja mit Utopia ein erst achtjähriges Pferd an den Start gebracht. Die hat die alten Hasen so richtig abgehängt. Erzähl mal was über die Studie. Ich habe die Studie Ende sechsjährig aus Holstein gekauft, mein super Freund Herr Newe. Habe dann in kurzer Zeit siebenjährigen Arezzo großen Preis Doppel-Null geritten, war national drei Sterne Doppel-Null schon, siebenjährig. Dann hatte sie Winterpause gehabt und dieses Jahr habe sie hier Offenburg gleich geritten, zweimal große Doppel-Null. Dann Ranzhofen fünfter am Championat, großen Preis Null und jetzt hier letzte Woche schon mal Diamantour platziert. Dann vorgestern Null, heute Doppel Null. Ich finde es einfach ein gewaltiges Pferd. Finden wir auch. Wo willst du denn hin mit dir? Ich hoffe, dass ich sie länger halten kann. Dein eigenes Pferd? Mit. Ich habe Gott sei Dank einen super Pferdebesitzer Markus Morow, der mir wirklich den Rücken stärkt und mir das alles auch ermöglicht. Weil es ist ja oft mal so, wenn dann so viele Erfolge in kurzer Zeit aufeinander folgen, da sind dann auch unheimlich viele Interessenten, die sagen, das Pferd muss ich haben. Wie schaut es da aus? Meinst du, hast du noch ein paar Jahre? Ich glaube nicht. Wäre aber sehr traurig. Lass uns über ein anderes Pferd reden. Du gehst ja jetzt auch noch in der Goldtour an den Start. Natürlich jetzt beflügelt mit dem Sieg im Rücken. Mit welchem Pferd und was rechnest du dir aus? Ich reite jetzt wieder ein achtjähriges Pferd. Habe ich auch seit vier Monaten. War auch hier schon Silvertour mehrfach platziert, Goldtour platziert. Ist auch ein Pferd mit sehr viel Potenzial, wo mit Sicherheit jetzt auch Null gehen kann. Letzte Frage. Sehen wir dich in der dritten Woche hier in Magna-Rasino nochmal? Absolut. Dann kommst du in dieses Best of Magna-Rasino dritte Woche mit dazu und rechnest du dir was aus? Ich glaube, da gibt es ein Auto zu gewinnen. Ich hoffe ja. Ich gebe mir Mühe. Dann drücken wir die Daumen. Wir würden uns natürlich sehr freuen, dich nochmal im Siegerinterview zu haben. Meine Damen und Herren, ein äußerst sympathischer Sieger aus Baden-Württemberg, aus Deutschland, Manfred Ege und Utopia. Wir werden noch viel Spaß mit Ihnen haben. Danke Ihnen und bis zum nächsten Mal.